Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sparks Challenge. Wir haben in der letzten Folge 5 Dias gefunden, sind immer noch auf erhöhlenden Tour und natürlich noch mehr zu finden in Darts Rocket, glaub ich. Oder der Zombie portet sich gerne. Wird mir aber nicht gefallen. Nein, wird es nicht. Wir suchen natürlich immer noch Dias und generell irgendwelche wichtigen Sachen, das aber meistens fast nur Dias sind. Oder gerade eigentlich nur Dias sind und Enderman. Davon haben wir auch schon eine gefunden, ne? Eine Enderperle haben wir ja auch schon letzte Folge dann dadurch bekommen, dass wir hier in der Höhle waren. Und es ruckelt. Bin hier etwa in neun Chunks, wo ich noch nie war, oder was? Das ist auch noch unterirdisch, wenn ich dann an Lava sterbe, ne? Also es gibt ja viele Wege in Minecraft zu verrecken, ne? Aber das Schlimmste, was ich mir immer so ausmale, ist entweder durch irgendwas harmloses in Lava gestoßen zu werden, irgendwie weiß ich nicht, ein Schaf oder so, was hier in der Höhle mit verlaufen hat, was mit runtergekommen ist oder so. Gibt es ja öfters. Oder man trifft ja auch mal ein Chicken im Nether. Das ist ja auch mal nichts verwunderndes in Minecraft. Ne, aber... Oder eben durch irgendeinen bekloppten Scheiß in Lava zu verrecken. Das sind mal so die schlimmsten Sachen, die ich mir vorstellen kann. Weil... Durch... Warum sollte man in Lava verrecken? Außer man erschreckt sich für irgendwas. Das habe ich auch mal gemacht. Mich von so einer Fledermaus. Also nicht in real life, sondern in Minecraft. Mich von einer Fledermaus erschreckt. Ich habe mich umgedreht. Da war plötzlich was, was vor mir geflogen ist. Da kannte ich die Fledermäuse noch nicht. Höh? Ach da. Ich habe dich nur gehört. Und da war da plötzlich so ein Ding vor meiner Fresse. Und ich habe mich verdammt erschreckt. Und bin den Schritt rückwärts in die Lava gegangen. Da habe ich mir danach nur gedacht, ach fick dich du verdreckst Fledermaus. Sagt dir mag ich die Dinger nicht. Also im Spiel. In echt finde ich die eigentlich ganz niedlich. Oder ganz cool. Das sind so die Jäger der Nacht. So Batman in Fledermaus. Also Batman in Bett. Höh? Ist das was, was ich von hinten gesehen habe? Oh. Wenn ja, dann müsste ich hier schon mal gewesen sein. Ja. Hier war ich schon. Okay. Weiß jetzt sogar ungefähr wo ich bin. Also. Nein. Ich weiß, dass ich hier schon mal war. Wo ich bin, weiß ich immer noch nicht. Ja. Die werden wahrscheinlich auch nie wissen. Das ist mir auch egal. Weil im schlimmsten Fall baue ich mich einfach hoch. Ne. Ich gehe da. Oder? Ne. Da kann ich nirgends Blöcke heransetzen. Dann gehe ich nicht runter. Sollt ihr vielleicht mal ein bisschen mehr ausleuchten glaube ich. Und ich muss mir gleich wieder Fackeln machen. Habe ich noch Kohle? noch ein ganz kleines bisschen. Machen wir mal einen auf den. Nehme mir nochmal ein bisschen Kohle mit. Ich hätte mir vielleicht nochmal ein bisschen mehr Holz mitnehmen sollen. Also kriege ich nur noch 20 Sticks zusammen. Ne gar nicht. 40. Ne doch 20. Fuck. Dann hole ich mir nochmal 20 Kohle und daraus mache ich mir dann Fackeln. Dann habe ich erstmal genug an Platz im Inventar wieder. Also hier habe ich noch einen Kohlenblock den ich weg machen kann. So. Ach komm. Ich brauche jetzt nicht alles verbraten. So. Oh. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es über einen Stack wird. Ich könnte einfach rechnen. Dann wüsste ich es aber. Rechnen ist zu einfach. So. Ähm. Noch irgendwo was. Hier geht es hoch. Ich glaube eigentlich gar nicht hoch. Vielleicht geht es da hinten wieder runter. Das war auf jeden Fall cool. Das ist Gold. Das ist auch nicht schlecht. Obwohl ich es nicht brauche. Aber ich kann ja alles benötigen um den. Um das Beacon Podest zu bauen. Aber das ist ja. Eigentlich kostet das rein gar nichts das Beacon Podest. Weil man muss einfach nur lang genug in der Höhle sein. Dann eben Eisen und oder Dias und oder Gold farmen. Aber wer dafür seine Dias verwendet und nicht eher Eisen und sowas. Der ist echt banal im Kopf. Oder hat Bananen im Schädel. Beides. Nein. Alter der hat fast nichts kaputt gemacht. Ich hätte gedacht der macht mehr kaputt. Mh ne der sollte da nicht oben drauf. Der sollte da dran. Der war ja auch schon mal. Hä? Ach war das da wo ich mich an. Ne. Hä? Wo bin ich hier? Hier alles mal zubauen. Dann stört mich das wenigstens nicht mehr. Wo bin ich hier? Wenn ich hier schon mal war habe ich das Gold hier gelassen. Sollte ich mich für schämen. Obwohl ich es nicht brauche. Aber naja. Ach bin ich wieder am Anfang? Ich glaube ich bin da vorhin hier runter. Ah ne hier war der eine Zombie. Den ich vorhin gesucht habe. Oder gehört habe. Da ich nicht wusste wo er war. Und dann bin ich weiter gegangen. Ich weiß nicht mehr wo. Hier war ich anscheinend noch nicht. Hab ich immer noch was wo ich nach Dias suchen kann. So. Ich bin sogar schon fast wieder Level 30. Hm. Alter ich bin gerade sprachlos ne. What the fucking hell. What the fucking hell. Hm. Die 7 Fackel will ich mitnehmen. Scheiß auf die Sorge. Ah. Ich bin so gut. Drop. Das klippt wirklich. Alter. Scheiß auf das Zeug. Das brauche ich nicht. Äh. Äh. Bäh. Drum geht's weiter. Alter ich bin grad. Echt sprachlos. Ah ne noch 2. Fuck it. Oh ja. Hab ich was vergessen. Wo bist du da? Da. Hab hier nicht eben noch ein Zombie? An hier war ne Tür. Alter. Ich mein das zubauen. Das hier nichts mehr. Äh. Dass ich da nicht reinfalle. Ich weiß gar nicht. Darf ich das hier drunter zubauen? Ich machs einfach. Sonst falle ich da noch aus Versehen rein. Alter. Ohne fucking. Enderaugen. Äh. Da sind echt keine drin. Maaan. Die muss ich da noch reinpacken. Aber. Maaan. Ich hab das. Da. Ich bin grad. Ah. Alter. Ich hab das fucking Endportal. Erstmal hier. Zack. Foto. Foto. Damit ich weiß wo es ist. Auch wenn es immer die gleiche Koordinaten sind. Ah. Ich hab nichts von. Foto. 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 Alter, hellzavar, the fucking hell. Ich bin mal kurz hoch, damit ich weiß, wo ich hier genau bin und wie weit ich hier hochkomme. Ich will jetzt sogar schon rauskommen, weil das hier relativ hoch geht. Ich hab mir gedacht, ja komm, jetzt musst du dafür ganz viele Ender-Perlen, äh, Ender-Augen sammeln. Hier war ich sogar schon mal. Hier war vorhin das fucking Sklett und ich bin nicht weitergegangen, alter. Welcher Höhe bin ich denn hier? Fast sogar oben. Ich glaub, ich baue mir hier einfach meinen Eingang runter. Jetzt hab ich die ganzen verfickten Folgen dafür verbracht, mir diese Ender-Augen zusammenzufarmen, ne? Jetzt brauch ich die Scheiße nicht mehr. Also, zwölf Stück davon schon, aber... Sechs zu viel waren das jetzt mindestens schon. Meine Güte, warum? Und... Blablabla... Wollen wir jetzt erstmal vernünftig runter. Also, ich bin gerade echt sprachlos. Ich weiß nicht genau, was ich hier jetzt sagen soll. Ich sammle die ganze Kacke und dann bräuchte ich das nicht mehr. Also, ich brauchste schon, aber... Und ich hätte mir gedacht, ich töte den Wither, bevor ich den Ender-Drachen töte. Oder ich finde genug Köpfe dafür, bevor ich den Ender-Drachen töte. Dann schweigt nicht. So... Ich freu mich grad richtig. Ich weiß auch nicht genau, was ich sagen soll. Merkt man vielleicht. Gerade weil ich mich voll ist, das wirst du wahrscheinlich. So, jetzt hab ich meinen Weg hier nach unten. Blablabla... 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 Weg hier... Stört. Da ist das Ding. Blablabla... Blablabla... gefunden. Ohne Scheiß. Und gar nicht so weit von zu Hause weg. Warte, welche Koordinaten sind wir hier? 347 minus beides. Das geht so weit. So weit sind wir gar nicht weg von zu Hause. Ich würd sagen, ihr könnt das Ding hier nochmal fertig. Oder weiter. Und dann... Ich würde sagen, geht's in den nächsten Folgen irgendwann mit dem End los. Sogar schon. Ich würd's nicht unten hin. Achso, hier bin ich reingekommen. Okay. Schauen wir erstmal hier weiter. Ah, ne. Hier bin ich reingekommen. Oder? Hier gibt's den Weg nach oben. Der endet aber nur hier. Okay. Ich bau einfach mal die Scheißwege zu, wo ich nicht durchkomme. Die, die nichts bringen. Ach, hier hab ich die Tür kaputt gemacht gehabt von der andern Seite. Hier übrigens nichts reinzugehen. Hier bringt's hier nichts reinzugehen. Hier auch nicht. Hier oben auch nicht. Richtig, richtig. So kann ich einfach, wenn ich hier eh hochkomme, kann ich hier einfach so zubauen. So, zack. Aber hier jetzt nochmal runtergehen. Das sieht noch interessant aus. Vielleicht ist hier noch nichts. Yay. Ich geh nochmal ne Fackel rein. What the fuck? Ey, ich bin immer noch, ich weiß nicht genau, was ich sagen soll. Ich hab keine Ahnung. Bin überwältigt. Aber wirklich. Wie lange haben wir denn noch in dieser Folge? Wir haben noch eine Minute. Okay, dann bringe ich meinen Arsch wenigstens nochmal da hoch zu der, in Richtung unseres Außenganges. Toiletten am Ende des Ganges und so. Und dann begeben wir uns mal nach Hause. In der nächsten Folge, ne. Oha. Alter. Was man nicht alles so findet, wenn man eigentlich nur noch Lias aus ist, ne. Nächste Folge wird dann sogar, also ne, übernächste Folge dann. Ne, oben, 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 oben. Wo geh ich jetzt hier hoch? Am besten hier irgendwie. Wo geh ich jetzt hier hoch? Am besten hier, so, ne. Ne, geh ich hier hoch. Ach, falsch. Ich wollte schon sagen, hey, es geht so langsam. Ich freue mich gerade heftig. Och, bin jetzt hier unter dem Berg, oder was? Folge zu Ende. Okay, Leute, das war's mit dieser Folge. Eine hammergeile Folge vor allem. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Ciao.